Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich habe hier ganz viele Fragen bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die von Nico, die finde ich total lustig. Der Nico fragt nämlich, Nela frag mal Hadi, ob er dein Typ ist. Hadi, bist du mein Typ? Bestimmt. Was? Das ist wie komisch, wenn man es mal so formuliert. Der war lustig. Hadi, gibst du Autogramme, wenn man dich in Hamburg sieht, fragt der Oliver. Ja, klar. Ich muss halt fragen. Ich war jetzt, als ich im Fitnessstudio war, da war auch ein Zuschauer und der hat gefragt, ob er ein Foto machen darf. Ja, aber manche fragen halt nicht. Manche trauen sich. Du wirfst ja mit den Dingern nicht um, ich weiß nicht. Nee, vor allen Dingen, ich habe immer nicht mal Autogrammkarten dabei. Ich meine, so krass ist es dann auch noch nicht. Aber habt ihr schon Autogrammkarten? Ach Quatsch. Nein, nein, nein. Müssen wir auf dem Teppich bleiben. Ja, das stimmt. Wenn die Zuschauer ein Foto haben wollen, das geht klar, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber werdet ihr oft angequatscht, so auf der Straße? Ja, was heißt oft? Also, wenn man halt eine Gruppe von etwas jüngeren Leuten sieht, dann kann man davon ausgehen, also was heißt, man kann davon ausgehen, aber dann besteht die Chance schon, dass die einen kennen, aber keine Ahnung, ich renne jetzt auch nicht durch die Stadt und hey, hier bin ich und so. Jetzt auf Schild in der Hand. Ja, ja, also es passiert schon mal, aber es ist jetzt auch nicht übermäßig. Okay, verstehe. Norman fragt, Hadi, was ist dein nächstes großes Projekt oder was sind eure nächsten großen Projekte? Das kann ich sogar beantworten. Guck mal, das kann Christian sogar machen. Bioshock Infinite. Ja, genau. Dienstag kommt's raus. Dienstag, 26. Da geht's auch direkt los. Schon einschalten. Also ich freue mich drauf, wird bestimmt geil. Cool. Dann fragt Jonas, wie lange läuft der Livestream? Wir haben uns hier auf 12 Stunden vorbereitet. Was? Oh. Also wenn das so weitergeht am Tisch, dann können wir davon ausgehen. Zwölf Stunden müsst ihr noch. Du musst einfach weniger reden, dann geht das schneller. Bei zwölf Stunden müsst ihr noch Poker. Nein, dann müssen wir noch die Fragen beantworten. Die schreiben hier noch an die Bild. Ja, echt mal. Warte, 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 warte. Ich habe Poker, die will keine Frage an. Lady Eyes möchte wissen, Hadi, warum willst du dir keinen Hund holen? Grüß mal Anna und Isabel. Wie, warum so? Ich möchte nicht, dass Hadi einen Hund kriegt. Ich hab nie gesagt, dass ich mir keinen Hund holen würde. Oh nein. Also du würdest dir schon einen Hund holen? Hab ich nicht gesagt. Die musst du auch füttern, Hadi. Achso, muss man die sogar füttern? Ja, die brauchen sie. Ich dachte, die braucht man nicht füttern. Ja, das finde ich jetzt schade. Dann will ich keinen Hund haben. Kumba laut möchte wissen, Chris, was ist dein Lieblingsfilm? Boah, das ist ja immer so eine Sache. Keine Ahnung, was haben wir zuletzt gefuckt, was richtig geil war im Kino. Der Hobbit war zuletzt ganz geil. Aber ist das ja nicht dein Lieblingsfilm? Nee, aber das ist genauso, wie wenn ich dich in einem Lieblingsspiel frage. Da gibt es wahrscheinlich zehn Stück, die auf einem Level sind. Ja, das stimmt. Gibt so eine ganze Liste dann? Eben. Ich wollte jetzt nicht 20 Filme aufzählen. Das stimmt. Ähm, so, Chris, wirst du Monster Hunter 3? Okay. 200 Stunden muss nicht sein. Der Junge hat schon genug mit Nino Kuni zuschauen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Und dann, äh... Peter macht das. Hey, Nela, wir sitzen hier mit fünf Mann und wir wollen von Peter wissen nach diesem Fail, wie macht der Zug? Schreibt der Oliver. Was ist das denn? Wie macht der Zug? Ja. Frau Peter, wie macht der Zug? Piet! Was ist? Wie macht der Zug? Noob, noob! Okay, versteht. Ja, geil. Und damit gebe ich wieder ab an den Tisch und an Brammen und Potti. Und Brammen, ich heiße nicht Nele oder Lena oder wie du mich auch immer nennst, ne? Hat hier jemand geschrieben bei Twitter? Ja, die hören hier alles. Aber wie gesagt, wie Peter schon sagte, wie macht der Zug? Noob, noob! Ich habe mich zweimal versprochen, beide Mal aber korrigiert, so was ich weiß. Aber ich finde es interessant, dass sich der Noob, Noob-Zug doch erregend zu scheint. Egal, kommen wir wieder zum Spiel an sich. Ähm, Passa liegt unten und... Moment, warum liegt Passa auf einmal unten? 6.800? War der nicht gerade irgendwie im Mittelfeld? Was war ist da los? Der hat letztes Mal verloren, oder? Ja, aber es sind ja zwei Spieler ausgeschieden. Also ich glaube, der hat sich jetzt in der letzten Zeit schon die ganze Zeit relativ unten im Tableau befunden. Sehr ganz oben. 25.000, hat Dominic gut eine Stange Geld noch abgezogen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt wieder zum Spiel selbst, oder? Und gucken uns das mal an, was denn Gabi da für schöne Kärtchen aus ihrem Ärmel zaubert. 22.000. Der Commanderkrieger hat es eben im Hintergrund schon gesagt, die Blinds sind jetzt wieder gestiegen, und zwar auf 700 und 1400, wenn ich es richtig im Blick habe. Es geht los. Ja! Das ist natürlich schon eine Stange Geld, vor allem für Leute, die relativ weit unten dann sind, wo dann ja einfach nicht so viel passiert, oder? Also von wegen Geld technisch. So, komm, Hanna Krieger, der hat noch keinen Druck. Jetzt sehen wir die Hände im Moment gar nicht, aber das wird jetzt wieder. Das habe ich mir auch heute fest vorgenommen. Kann ich auch. Jetzt wirklich schon keiner mehr mitgehen. Jetzt alle die Hand weggeschmissen wir nicht richtig sehr. So, Fabian im Small Blind füllt auf, und Piet hat seine Option zur Höhen nicht genutzt. Genau. Beide zwar nichts getroffen, aber der Fabian hat mit Bube 10 die Straße zu beiden Seiten und da eine Bube 10, 9, das heißt er braucht einen König, oder eine 8. Der ist im Prinzip die gleiche Chance eigentlich zu treffen, wie für Peter. Der bräuchte eine 6 oder eine 4, aber die Prozentzahlen sind deswegen nicht gleich, weil halt Fabian mehr Chancen hat, der könnte ja rein theoretisch auch noch treffen. Könnte auch die Bube oder die 10 treffen, und wenn vor allen Dingen gar nichts kommt, dann ist Fabian, genau. Außer jetzt, da sollten noch zwei kommen. Ne, dann hat er auf jeden Fall gewonnen wegen High-Card. Ja, er hat auch gesetzt. Geht man nicht mit, würde ich ja auch nicht tun. Richtig. Jetzt ist der Commander Krieger im Big Blind. Das ist eigentlich für alle Spieler schon relativ enge, was die Chipstände im Verhältnis zu den Blinds betrifft. Ja, wobei, mit 25.000, das geht klar. Ja, aber der Big Blind ist bei 1,4. Das sind jetzt, umgerechnet sind es unter 20 Big Blinds, und da würde jeder Profi-Pokerspieler sagen, oh, es wird enge. Der mit der Nase, das ist so krass einfach. Da muss man sich immer zusammenreißen, dass man nicht laut hier loslacht. Eigentlich kann man auch laut loslachen, scheiß drauf. Pusta und CK noch gerade im Game. Wurde gecallt. Jetzt sind wir interessant, genau. Jetzt sind wir gespannt, was der Flop bringen wird. Jetzt könnte der Commander Krieger eine Menge Chips verloren. Fühlt sich wahrscheinlich stark mit seinem Ass. Genau, beide haben das Ass getroffen. Bis jetzt pustet er in Führung High-Cut King nach dem Ass. Da muss ich noch Fangenkontrolle machen. Ja. Guck mal, dann kriegt er jetzt natürlich auch mit der Chance noch einen Karo in die Mitte am Schluss. Dann würde er am Gegner auch vorbeiziehen. Oder nur 5 bräuchte er noch. Pusta all in. Boah. Pusta all in. Nela, vielleicht bekommst du jetzt gleich noch einen Handsome Man auf die Couch. Könnte sein. Muss ich Hadi mal ... 6,4. 6.400 müsste er jetzt noch bringen. Ja. Aber die Fall ist natürlich mit 29 Prozent. Sieht's gut für Pusta aus, aber ist halt Poker. Das weiß der Commander Krieger aber nicht, ne? Genau. Der fühlt sich jetzt grad geil. Ass getroffen. Flaschen drauf. Das stimmt. Den, 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 den. Den, 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 den. Den, 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 den. Den, den, den. Den, 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 den. Call. Ahhhh. Call? Anst. They're called. Ass und 5 und eine Karo. Pohhhh, warum waste du es nicht? Nein, 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 nein. Wenn jetzt Karo kommt, hast du ... Was verküsst du jetzt noch mal? 2.8. 2.8. Wenn jetzt Karo kommt, hast du gewonnen. das war teuer für die krieger ja jetzt viel geld das war ein highlight oder was ach so das darf ich ja nicht mal kein fucking land sein da weißt du nicht am anfang nein du da nicht ja schon über die taktik als könig hat er uns später einfach nur ein big blind an weisse und macht hier einen auf auf flach pfeifen gewäschten ja das wollte ich jetzt nicht so sagen bis hier direkt von den zuschauern wird hier fertig gemacht wenn du den als fisch bezeichnet kommen ja gar nicht drauf klar anfangen jetzt mal was für ein fisch ist er denn die bachforelle ich bin zwilling ja sie sind da haben wir schon und der nächste anbindung so aber der commander krieger hat schon recht da also es hat ein bisschen so aus der spur gebracht dass der mit asko nicht halt nur mitgegangen ist ja da sieht man hat auch die case erfahren damit alle anderen hätten sich gar nicht so mal gewundert was passiert ich bin dabei da habe ich keinen bock mehr check das ist dick also der commander die gast mitmachen da würde er nicht aufwand das wäre mitten dabei was können müssen also wird auf jeden Fall nicht als erster rausfliegen wie man auch hier schon mal gesehen halt bei unserem profi turnier hier die aus versehen alle reinfallen ins klausen dahin da sind 400 bist aber 400 für dich kommt also du bist raus dann bin ich weg ist noch raus jay und krieger jetzt gerade den dämpfer gekriegt im selbstbewusstsein merkt man schon ein bisschen debitor gegen fabian gerade der fabian hat keine chance mehr jetzt hier die hand irgendwie noch zu gewinnen weil die man kann kommen was will am river nicht gespannt wie es weiter verläuft chipmäßig nehmt doch die frau zwischen euch debitor setzen logischerweise und will noch mal farben ein bisschen rauslocken scheißegal was kommt und 12.400 liegen in der mitte jetzt bin ich versichert noch mal einen reinlegen du hast ja auch nicht mehr so viel ja machen kann ich damit ja eh nicht mehr viel ja also all in damit all in sehr gut wir haben ein all in obacht obacht dass man auf jeden fall seine chancen erhöht wenn man im richtigen moment ein revolver okay dann muss ich da wohl mit aber den rest der hat doch richtig gesagt aber wenn schon gewinnen dann wenigstens auch noch nicht raus da hat das hart heißen von fabian nichts geholfen debitor hat ihn abgezogen die zeiten sind gott sei dank vorbei die aus dem wilden westen wo der sieg noch mit der pistole entschieden wurde der debitor jetzt wieder super im rennen mit dem großen pot hier da kann man sehen wie schnell das gilt zack eine gute hand und schon sitzt man wieder ganz oben an der stange das hört sich jetzt ein bisschen perverser an wenn ich ehrlich bin ich glaube der fabian jetzt mit noch ganz wenig chips das wäre der dritte spieler aus meinem team sein der sich jetzt gleich hier in der losers launch befindet da ist noch nichts entschieden hier und wir haben auch erst halb neun das heißt wir haben noch lange lange zeit und gucken mal was da der flop gleich bringen wird 3.500 sehr gut commander krieger mit dem race jetzt mal seine eier spielen ein bisschen eine sieben wird er auf jeden fall nicht mehr finden denn alle vier siebener sind im moment verteilt worden aber jetzt haben wir erstmal die big blinds und der poster schmeißt die pocket siebener weg oh da hat der commander krieger glück gehabt ich finde einen guten pot auf jeden fall geholt also für nichts tun die blinds hat er abklassiert ja vor allem war ja er war weder blick noch small blind sondern 2 1 für knappes hätte natürlich auch schief gehen können aber mit dame sieben auch nicht schlecht aber das brauchen wir beim pokern ab und zu mal so einen pot klauen die blinds abkassieren das hält dann dann kannst du wieder eine runde auf gute karten warten gehört einfach dazu ja im sinn so debitor sitzt vorne jetzt hier bube sieben wird da wahrscheinlich entsorgen richtig fabian auch so dein kollege piet der ist bisher noch ganz ruhig ne ja der ist wirklich zurzeit ruhig und macht auch nicht viel ich bin gespannt worauf er wartet der will wahrscheinlich möglichst lang oder am ende dann sich irgendwie so den einen catchen und dann sagt er das gleich hab gewonnen das musst du jetzt zwei rein hier ja ich lege jetzt hier 400 da rein und dann ist das gut also ich hätte zwar acht setzen müssen oder was ja minimum doppelt ist die frau und straight pushen wie krass ist das denn bitte und dazu noch jay mit der top paar auch noch genau das heißt jay wird wahrscheinlich weiterspielen und wird jetzt puster richtig schön geld in den rachen werfen genau so ist es außer außer puster bereits das jetzt race all in race all in und ganz schnell natürlich geht colt mit dem nats so heißt die bestmögliche hand die man haben kann boah da colt er jetzt geht um richtig viel geld und jetzt hören wir mal am tisch genau zu was hat denn der bitte du kannst ja schon mal aufdecken da merci aufdecken bitte die fünf sekunden haben wir noch hast sechs ja puster 45 vielleicht ja pass auf 2 6 nass ist schon mal gut für dich zwei asse wäre gut für dich oder 45 hi ich komme sofort ich komme sofort ja ich musste dringend auf toilette ja tja ja aber die blind sind so hoch das tour ist natürlich und da bist du durch blöd schau ja und noch eine sieben die nase war es die nase war es die nase war es schade will sie mal krichten mitnehmen hier von hat es Ich hatte ein Sechser-Pärchen, auf der Hand, A6, und sie hatten zwei, drei und sechs und da habe ich die vier und die fünf außer Acht gelassen, die blöderweise der Tobias hatte. Das heißt, er hatte eine Straße und dann war es das. Sag mal, leuchtet die Penisbrille so ein bisschen? Guck dir das mal an, wie schön rot die ist. Ich weiß auch nicht, warum die da so rot ist. Dass sie irgendeine Krankheit oder sowas hat. Du hast zu viel dran gerubelt. War die vorhin auch schon so oder ist die jetzt so? Nee, die ist so. Okay, gut. Nee, das ist kein Schweißer, das ist Kondenswasser. Hier der Marc, der möchte wissen, was für Sternzeichen habt ihr Hardy, Chris, Nela und jetzt dann natürlich auch Jay. Darfst du anfangen. Nee, ich habe ja schon gerade gesagt, ich bin Zwilling. Achso, ich auch. Wann hast du Geburtstag? 28. Mai. Ach, drei Tage, nee, doch drei Tage vor mir. Drei Tage vor mir? Oh, bin ich älter als du. Bin sowieso älter als du. Wie kann das nur sein? Fische. Verträumte Fische. Oh, bist du so der Romantiker? Eigentlich schon. Ja? Aber ich bin natürlich auch total verplant und äh. Heide ist voll der Romantiker. Ey, ich bin Romantiker. Ja, ich weiß. Unsere gemeinsame Zeit in San Francisco habe ich nicht vergessen. Die war schön, oder? Die war schön. Wir hatten viel Spaß abends auf dem Zimmer. Ich bin waag. Und unsere monatlichen Candlelights-Dinner kann man halt auch nicht. Ich bin sogar so romantisch gewesen, dass du das große Löffelchen sein durftest. Das stimmt. Siehst du? Also großzügig. Der Marco hat mir gerade aus Ohr gequatscht. Fragt mal den Jay, woran es jetzt gelegen hat. Das jetzt hier ist. Aber das haben wir doch hier gerade. Der Marco hat nicht zugehört. Wer möchte die Nase noch tragen? Guck mal, wie sie alle hier schreien. So, jetzt hat der Marco mich hier total aufgehört. Von dem Fabian habe ich ja jetzt Angst, seit er das erste Mal sein Ding auf den Tisch gelegt hat. Hier, äh, Hadi, wann kommen die restlichen Videos von deiner Wohnungsvorstellung? Will Marek? Ja, die werde ich jetzt vermutlich wahrscheinlich darauf beschränken, bis ich umgezogen bin. Dann wird da sowieso eine neue Wohnung sein. Stimmt. Also das hier. Nach Köln. Ich ziehe eh um und dann gibt's wieder was Neues zu gucken. Da haben wir fast alle in Köln. Wenn jetzt Peter hier noch draufkommt, dann lache ich mich aber kaputt. Als nächstes kommt Fabian. Peter ist das Letzte. Rene schreibt, nee, Chris schreibt, frag mal Hadi, ob er dieses Jahr die ganze Gamescom da ist. Das stimmt, weil ich bin ja letztes Mal schon Samstag. Den Samstag war ich noch da, ne? Ja, wir waren aber alle. Nee, du bist doch erst dann später gekommen. Du bist doch erst später gekommen. Du bist, glaube ich, erst Freitag gekommen oder so. Stimmt. Ja, aber dieses Jahr ist geplant, dass wir alle an jedem Tag da sind. Daniel kommt dann wieder eben auf die Pläne vor. Also so gesehen, ja. Ähm, dann, ihr könnt jetzt übrigens auch hier Fragen an den Jay stellen. Genau, du kannst dich hier gerne über Facebook einhören. Ich guck hier nochmal bei Twitter schnell, was da steht. Oh Gott. Das hat sich aufgehängt. Nein! Das hat sich aufgehängt. Was hat sich denn aufgehängt? Das bewegt sich nicht mehr. Mein Twitter-Dingsbums hier. Dann geh doch mal kurz zurück auf dich und dann gehst du nochmal da drauf. Vielleicht funktioniert es ja dann. Hadi! Ja, guck mal. So was. Frau und Technik weiß ich nicht. Nein, eigentlich bin ich so voller Checker hier. Ich kenne sich halt mit dem Play von Apple-Geräten schon aus. Das fühlt sich an wie so eine Schlange irgendwie. Ey, pass mal auf, wenn du mich jetzt hier so anfasst, dann krieg ich hier nachher wieder lauter so. Stimmt, dann gibt's wieder Stress im Internet. Ja, ja, ja. Hadi fasst Nela an und so. Deine ganzen weiblichen Fans so. Spielst du ein Instrument, Hadi? Ich geb die Frage noch einfach an alle mal weiter. Das fragt der Flips. Ich spiel kein Instrument. Aber du hast mal Gitarre. Ich spiel Gitarre. Was? Ich hab mal Gitarre gespielt. Also du musstest doch dann sagen, wenn du mal Gitarre gespielt hast. Ja, da steht aber, ob ich ein Instrument spiele. Hast du jemals ein Instrument gespielt? Ja, Gitarre. Akustik-Gitarre. Stimmt. Und hast du auch gesungen? Nee, das kann ich nicht. Nicht? Ich bin nicht der Sänger. Okay, Chrissy, sieht's bei dir aus? Ich hab erst Bass, also E-Bass gespielt, drei Jahre lang. Und jetzt eher so Gitarre. Gitarre. Und Jay? Ich hab nie gespielt. Nie? Nee, ich würde selbst bei Gitarre-Hero verkaufen. Du spielst doch Gitarre-Hero. Du spielst doch Knochen-Psymophon beim Team. Ich könnte so eine Triangel spielen. Bing. Aber auch das erfordert Rhythmusgefühl, ne? Ja, das krieg ich hier. Hier, wo ist der Piet? Ist der Piet weg? Nee, sind alle zum Rauchen gerannt. Einmal für kleine Königstiger. Hi. Für ganz kleine Königstiger. Aber Fabi ist hier, ne? Ja, Fabi trinkt gerade. Da fragt nämlich Lee, Nela fragt Fabian bitte, ob er ein paar Zeilen aus ein echter, wahrer Held anstimmen kann. Alles das kannst du sein, kannst es schaffen, ganz allein. Wuh! Da war ne Pistote an. Was? Der hat es noch nicht gesehen. Gerade als er heute hingegangen ist. Paff. Er hat auch seinen Lümmel rausgeholt. Das hab ich ja nicht mitgekriegt. Das erhört die Chance. Und was hat er dazu gesagt? Könnt ihr auch singen? Nee. Überhaupt nicht. Wir werden es auch glaube ich gar nicht probieren, weil das wird peinlich. Heidi möchte, weil er als erstes rausgeflogen ist, ein SingStar Let's Play machen, hab ich gehört. Total. Wenn wir zu Gamescom alle da sind, können wir alle eine SingStar Runde machen. Ich wollt grad sagen, das ist doch viel witziger, wenn wir da alle zusammensitzen. Das wär nicht auch cool. Was heißt Let's Play? Wir können zumindest mal einen Abend, irgendwie so eine Stunde, können wir sicher nicht machen. Let's Play ist nur so ne Sache. Und dann kommt von Gehmer oder was? Das werden wir schon zu Ende müssen. Ja, das stimmt. Eben. Also wer, wenn nicht ihr. So, Marco fragt, ach noch ne Frage, wer von Pete's Meet ist denn dieses Jahr wieder bei Rock am Ring da? Freu mich schon drauf. Keiner. Keiner? Aber der Marco freut sich. Dennis ist dieses Jahr nicht da, das weiß ich. Du? Auch nicht. Das ist parallel zu einer großen Spielemesse. Oh, dann ist keiner da. Dann. Die irgendwo über See ist. Da ist keiner da. Okay, verstehe. Kann sein, dass wir dann da nicht da sind. Aber vielleicht sind Dennis und ich bei Wacken. Vielleicht. Bei Wacken ist schon vorbei. Okay. Hey, Wacken. Roman möchte nochmal wissen, Fabi, verlost du den Revolver? Ähm, ungern. Ungern? Ungern. Also eher nein. Damit spielt er auch immer mit seinen Kindern direkt. Eben. 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 Ja. So. Ähm, Lennart möchte wissen, Hadi, wie hast du alle kennengelernt? Wie hast du denn die ganzen Jungs hier alle kennengelernt? Jetzt alle. Erzähl mal. Alle. Alle. Ja, den Peter habe ich bei der anonymen Alkoholikergruppe kennengelernt damals. Also da waren wir glaube ich 14, 15, das war eine echt schwere Zeit, glaube ich. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Ähm, Peter, Peter, Jay und Sepp, der jetzt heute nicht dabei ist, die kenne ich vom Abi. Und, äh, den Lurchi habe ich über, äh, Peter kennengelernt, der war dann dabei. Und, ja, Dennis habe ich dann auch irgendwann. Ne, auf, wann war das? In Kevela? Auf Verkirmes. Ja, da haben wir noch Abi gemacht. Genau, da waren wir gerade Abi, da habe ich Dennis kennengelernt. Ja, und den Rest, den zwischendurch dann während der Zeit habe ich dann kennengelernt. So, also so, die kann man so nach und nach. Die Kevela-Fraktion kennst du halt schon seit der Schulzeit. Den Fabian habe ich das letztes Mal bei LMS kennengelernt. Ah, okay. Also persönlich. Da habe ich ihn auch kennengelernt, ne? Den Fabi. Schön war's. Ne? Schön war die Zeit. Lino Mullerfriede fragt, kann ich bei einem von euch während der Gamescom übernachten? Pff, ne, also, denn bei Dennis und mir ist voll. Weil da schläft Johnny, da schläft Dennis, du musst auch da. Ja, ich penn bei Dennis. Bei mir ist voll. Also ich penn bei Dennis. Bei uns, genau. Okay, verstehe. Dann jetzt noch einmal ganz kurz Justin grüßen. Hallo Justin. Hallo Justin. Oh, mir hat eben einer geschrieben, der kriegt 20 Euro, wenn wir den grüßen. Ja, wer ist der denn? Ich hab dann Facebook jetzt schon wieder ausgemacht. Ah, toll. Jetzt sagen die Leute von dem, das könnte ja jeder gewesen sein, der das geschrieben hat. Jetzt kriegt der sein jetzt, du musst den Namen ja wissen. Ja, ich weiß. Ich guck gleich nochmal nach, wenn die da wieder am Gruppern sind. Die sind nämlich schon wieder heiß, die Jungs. Und inzwischen, genau, in der Zwischenzeit geben wir wieder ab an den Tisch. Und zu, ihr wisst schon. Da sind wir wieder. Wunderschön, wunderschön. Hier nochmal die Übersicht. Und viele fragen sich, oh, was denn da passiert? Die Anzeige hat gerade leider nicht gestimmt. Da hat die Technik ein bisschen verrückt gespielt. Und deswegen sind die Chips manuell nachgezählt worden. Das ist aber die aktuelle Statistik der Chips halt. Und die zählt auch so gerade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Fabian hat die Arschkarte. Wir sind jetzt bei Next Level hier 1500, 3000 für Big Blind und Small Blind. Und das heißt, wenn der blind technisch reingeht, ist der vom Fenster. Das heißt, der sitzt einmal und ist quasi allein. Oder? Aber selbst damit sind noch Turniere gewonnen worden. Also wir dürfen den Fabian noch nicht komplett auszählen. Ja, das will ich jetzt nicht. Aber es wird zeitnah nochmal die Couch gefüllt werden, gehe ich von aus. Er braucht jetzt einfach ein bisschen Glück. Das stimmt. Gucken wir mal, was Gabi da jetzt mit ihren Zauberfingern wieder raushaut. Ich glaube, wir haben jetzt 1000, 2000. Oh, wir haben 1000, 2000. Ich habe mich verguckt, 1500, 3000 ist die nächste Stufe. Das war mein Fehler, aber egal. Wie viele sind die Blinds jetzt? 1000, 2000. Okay, danke. Selbst 1000, 2000 sind halt eine Menge Geld. Und auch dann hat Fabian nur zwei Chancen. Wir bleiben bei den Blinds. Ja, ist klar. Für diese Runde. Genau. Aber die Blinds werden jetzt zeitnah ja schon wieder angehoben. Da wird ordentlich Tempo reinkommen. Ich bin echt gespannt, was da passieren wird. So, wenn ich das richtig verstehe, brauche ich das hier gar nicht sehen. Naja. Das musst du selber wissen. Race all in. Fabian geht jetzt hier all in, ohne in seine Hand reingeguckt zu haben. Das ist natürlich ganz schön viel Risiko. Das ist natürlich ganz schön viel Risiko. Badass Fucker einfach nur. Aber 4 und 3, wir sehen sie ja. Das ist natürlich schon bitter. Und vom Debitor wird er in jedem Fall gecallt. Der hat nämlich einen Ass. Ja, aber wenn die 4 kommt und kein Ass, hat er tatsächlich eine Chance. Ach echt? Und das ist auch nicht reingeguckt. Der Puster 82, der hat natürlich jetzt so viele Chips vor sich stehen. Der ist auch mitgegangen. Die 2, 4. Klar. Wenn die 4 kommt und sonst nichts. Da ist die 9 gecallt. Das war es eigentlich für Fabian. Eine 9 und eine 7 für den Puster 82. Der hat gerade einen richtigen Lauf. Der trifft alles, was sich da in der Mitte aufgedeckt wird. Das war es. Bin ich mir ziemlich sicher. Außer jetzt noch mega viel Lugdai-Prozenten. Klar, kann passieren. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich bin draußen. Hatte der denn überhaupt eine Auferrechnung, den Puster 82? Gar nicht. Gar nicht. Außer natürlich, der den müssen wir wieder. Der hat ihn natürlich für sich im Team. Hatte ihn auch. 7, 9 hat er. Kann ich bitte zulassen? Ja. Hatte ich auch. 7, 9. Schade. Tja, da kann jetzt kommen, was will von der Gabi. Da wird in jedem Fall Puster 82 den Fabian hier vom Tisch nehmen. 4, 3, 3, 3, 6. So einfach war das. Kommt jetzt nicht spannende Musik? Nee. Nee, das ist gleich, dann haben wir jetzt grad noch in der Werbung sind dann nicht. Achso, okay. Das war nur ein Scherz. Seht ihr das da? Ein Scherz? Ein Scherz? Ein Scherz? Ein Scherz? Ein Scherz. So sieht es aus. Dann muss ich ja zu euch gucken. Dann kriege ich ja von euch Details. Die geben mir geiler. Und damit mein lieber Fabian. Bist du leider? Leider. Ja. Aber ich war nicht der Erste. So ist es. Insofern werte ich das als Sieg. Voll raus. Das hast du Fabian und damit geben wir zu mir. Aber ich hab noch ein Vollhaus gehabt, oder nicht? Bis gleich. Später. Gewinnt das Ding. Fein gemacht, Fabi. Fabian ist weg. Fein gemacht. Oh, du knitzest. Ich knitzest ein bisschen her. Setz dich. Fabi. So ist das. Fabi. Ja. Achtung, Marco. Jetzt kommt die Frage. Woran lags? Äh, 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 äh. Verstehe die Frage nicht. Na ja, warum sitzt du jetzt hier? Ich würde ja mal so ein Interview machen wie Katja Riemann. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Weiß nicht. Woran lags? An Karten? Wahrscheinlich. Nur sagen, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, also warum sitzt du jetzt hier? Ja, ähm, weil ich, äh, kein Geld mehr hatte. Ich hab davor gedacht, ich blöffe ihn raus. Und dann hat er das nicht mitgemacht. Obwohl es abgesprochen war. Und jetzt sitz ich hier. Nee, guck mal hier, der Jay. Der kommt hier einfach mit dem Brötchen rein. Ich komm ja gerade aus der Toilette. Aus der Toilette. Das lag auf der Toilette. Ich weiß auch nicht, was es da macht. Kurz den Klostein raus, weil ich keine Zitrone mag. Ja, das ist bestimmt verglichen. Schöne Salami. Ja, lecker. Nee, ich war gerade im Aufenthaltsraum. Da guck ich auf dem Fernseher. Da sehe ich dann plötzlich wieder Fabian rausliegen. Da musste ich hier schnell rüberrennen mit dem Brötchen. Und dann hast du kurz dir die Tränen weggewischt. Ja, das war das letzte Salami-Brötchen. Deswegen musste ich jetzt noch mal hier schnell das mitnehmen. Hast du den Revolte jetzt hier? Nee, der liegt hinten irgendwo. Oh, nicht, dass der missbraucht wird. Damit die sich dann nachher mit dem Schädel einschlagen. Ah, verstehe. Na gut, dann schauen wir jetzt noch mal, was bei Facebook und Twitter so abgeht. Ihr könnt jetzt natürlich auch hier direkt Fragen an den Fabi schicken, beziehungsweise auch zu mir. Ich werde sie dann weiterleiten. Das wäre sehr nett. Ich würde auch was sagen. Zum Beispiel, ich verstehe die Frage nicht. Du hast dich gut geschlagen dafür, dass du noch nie Poker gespielt hast. Wie gesagt, ich wollte nur nicht als Erster rausfliegen und jetzt bin ich als Vetter. Respekt, das hast du gestopft. So doof nicht. Nee, absolut nicht. Guck mal, die Jule möchte wissen, wie sieht es eigentlich mit einem zweiten Teil von Last Man Standing aus? Das könnt ihr doch alle beantworten. Ja, was heißt, wir können das beantworten? Ich würde sagen, wir würden alle kommen, aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Also wir müssen das so machen. Wir sagen einfach, ja, es gibt ein zweites Last Man Standing. Ja, genau. Ist nur noch nicht wann. Ich verstehe die Frage. Ist nur noch nicht wann. Und wir alle werden jetzt, die ganze Crew wird auch noch bei Tuff auftreten. Alle. Auf einmal. Allerdings können wir glaube ich sagen, dass es innerhalb der nächsten zwei Monate nicht unbedingt sein wird. Ja. Okay, also die müssen sich noch ein bisschen gedulden. Als ein zweites Last Man Standing angeht. Weil der Aufwand da war ja auch nicht gerade klein. Das würde jetzt keinen Sinn machen. Geduld ist jetzt auch das Stichwort, denn wir machen ein klitzeklitzekleines Kreuzchen. Tom Wellbrock. Dann sind wir uns wieder bei Let's Play Poker. Bis gleich. Was? Tom Wellbrock. Ich war gerade nicht. Ich gehe безопас. Ich gehe frei davon hier. Ich gehe auf dich zurfrevan unquote wach. Wie das passiert. Und wie dele wurde bei Let's Play Poker. Und was ist nun? Oh, was war nicht wirklich. Am Mann hat sie? Kannétais nicht mit profile.